die wird schon richtig gut in der produktion glaube ich wir wohnen jetzt hier ich brauche noch ein bisschen holz und stöcke weil ich glaube die brauchte ich so es ist abend der wird verkauft wir brauchen stroh den ton könnte ich vielleicht auch mal vertun und ich brauche noch einen holzhammer hallo enter Ja, 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 ja. Fische direkt von raus? Ich weiß nicht. Hier doch. Gucken wir mal. Obwohl, Romdorf ist vielleicht so ein bisschen besser. Einfach nur, dass man eine kleine Sicht hat. Auf Sachen, die da passieren. Und wenn es nicht so laut ist, hat man da vielleicht auch mehr Fische. Direkt hin zu dem Ried, das passt doch. Ich glaube, ich muss hier nicht immer noch... Ah, Romstoff freigeschaltet. Dorf! Die Stöcke bringen jetzt nicht so viel Gewicht dazu. Obwohl der Holzstamm, der rausgeht. Ja, ist ja gut. Vielleicht bin ich ja irgendwann mal so weit, dass ich auch das Apparaturding bauen darf. Ah, Bären und Wölfe. Beides finde ich auf dem Weg nach oben. hauptsächlich kriegt irgendwann die mine und wir können schon mal wieder loslegen und ich würde dann einfach mal richtung ronika gehen und wir gehen jetzt erstmal ins bett dann gehen wir richtung ronika sie noch rausfinden wo mein ganzes zeug liegt da schon mal nicht Und dann machen wir einfach mal eine richtige Jagdhurmur morgen. Und dann kaufe ich vielleicht noch die ganzen Steine ein. Wir grenzen uns vom Pöbel ab. Sobald ich dann Palisaden habe, wird so richtig geil. Ich glaube, ich schenke die Bernsteinkette erstmal. Die brauchen wir nicht. Irgendwann spiele ich auch mit der Armbrust rum. Aber aktuell bin ich ganz zufrieden mit den Sachen, die ich habe. Oh, die Steine habe ich auch noch. So, tauchen wir das hier schon mal rein. Frau? Ach, hier noch ins Bett, die kommt schon irgendwann. Hallo. Hast du schon gegessen? Hier, probier das. Vielen Dank ohne Birne. Ist das für mich? Danke, mein Schatz. Jetzt. Unterhalten. Was ist das? Ja. Ja. Ich kann nicht mehr umskillen. Das ist natürlich nicht so gut. Wie viel Geld habe ich denn eigentlich? Ja, 10.000, damit komme ich klar. Aufstehen. Ach, hier muss das Futter rein. Das ist echt schwer, die auf der Box rauszukriegen, die Viecher. So, Wölfe und Bären. Die Birne kann weg, die ganze Blümchen kann auch eigentlich weg. Ich habe meine Schuhe vergessen rauszupacken. Alter. Ach, weg damit. Auch jetzt nicht. Ich hätte vielleicht mal genau gucken sollen, was ich habe. So. Ach, das war von meiner Frau. Ich habe das gegessen. Mh, der gute Gammelkäse. So, ich muss Ihnen ja dann auch mitteilen können, dass wir alles erledigt haben. Da kann ich auch in die Richtung gehen. Und Wölfe waren da ja mehrere unterwegs. Da haben die mich gerade umgeritten. Alles gut, Pferdchen. Dästchen brauchen wir nicht. Du darfst auch weiter leben. Da habe ich mal Stöcke fallen lassen. Die Sachen verschwinden aber auch echt nicht. Du kannst den Müll nicht einfach in der Botanik rumliegen lassen. Das geht ja irgendwann auf den Keks. Dann die Wiesens. Noch mehr Wiesens. Okay, versuchen wir die Errungenschaft Igel zu bekommen. Dann die Wiesens. 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 einige Mieter. Servef мясons. Ents um Nicol nodes zu spielen. Zurücksele. Ich fürchte fast, da muss ich andere Sachen nehmen. Jetzt keine Holzsperre, ich habe doch, sind die alle kaputt? Auch die bleiben nicht immer drin, ich habe sie doch alle aufgelesen. Hä? Hä? Oh, ist umgefallen. Was soll's? Werden wir weiter probieren. Das Pferd kann erstmal das ganze Fleisch aufnehmen. Irgendwann wird es schon klappen. 24 kg Fleisch. Noch mal ein paar Sperre mehr, damit das nicht noch mal passiert, wenn ich den mit dem abziehen kann. Wahrscheinlich gleich überladen. Dann habe ich die Quest erledigt. Ne, habe ich die nicht. Ah, ok, einen brauche ich dann noch. Dann haben wir es jetzt. Gut, das soll nicht nochmal passieren, dass wir die Sperre rausgehen. Ich glaube zwei hatte ich schon. Aber es ist nicht so einfach da vier Sperre in einen Gegner rein zu kriegen. Erstmal du brauchst einen Gegner, der es aushält. Und dann hast du auch nur so eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Dinger stecken bleiben. Ich glaube von der Seite ist, bleiben die besser stecken als von vorne. So, das waren die Wiesens. Ich höre sie zumindest schon. Das war doch nicht bloß einer. Das glaube ich nicht, dass es nur einer war. Das glaube ich nicht, dass es nur einer war. Aber woher? Ich höre sie nicht. Ich höre sie nicht. Ich höre sie nicht. Ist die Sperre nicht so, es gibt einen Weg zu schicken. Ich höre sie nicht. Ich habe die Sperre nicht so zu schicken. die Sperre nicht so herunterladen kann. Ich höre sie nicht so zu schießen. die hat mich jetzt gekillt quest ist gemacht mal gleich alle vier hier ich zwei drin stecken meistens verlieren sie die aber es auch so eine zufallswahrscheinlichkeit glaube ich das fleisch verkaufe ich gleich da muss ich erst mal schauen was braucht denn eigentlich ein fischer hoffentlich braucht er keine fischsperre die kostenleien gern es wäre dann wieder scheiße dann bräuchte ich den massenproduktion an flaxen oder mit ich in seine sperren machen kann habt ihr ein glück ihr könnt alle weiter leben der moment wenn du über den berg reiten feststellst da kommt ein abhang danach die pferde können irgendwie nicht langsam laufen so die ist losgeworden steinspeer handeln und überleben handeln überleben und gewinner wo haben wir es denn ich habe eigentlich alles besetzt oder die scheune könnte ich noch mehr besetzen wo ist denn wo ist denn im grabungsschuppen ist jemand ausgefallen bin ich blind das sieht noch gar nicht fertig kommst du erstmal da rein ja danke wie kann ich dir helfen nur das beste produkt sie hat noch geld gut ich habe doch noch hier den birnensitz brauche ich nicht mehr da bleibt eh nicht stecken sehr gut sehr gut naja lass uns handeln freut mich irgendwie hat ihm schon gemüsesuppe gekauft liebe wohl liebe wohl ich will noch mit dem typen sprechen der der mintyp mit dem will ich gerne sprechen aber erstmal wie ich meine satteltaschen leeren das werden wir sehen 45 steine mit dem ja ich krieg das nicht mal alles los sie sehen kannst du mir noch was geben beziehungsweise kann ich dir noch was geben aber vielleicht kann ich ja kann ich mir auch einfach ein werkzeug kann denn da kaufen was ich nicht brauche aber einfach nur so die beste produkt er hat noch geld gut hier 16 kilo weisen aber das brauche ich alles gar nicht fischbär wir sind alle quests gemacht erst mal sehr gut aber warum konnte ich jetzt nicht als fischerin einteilen ich glaube fast die fische ich habe irgendeinen fehler bei der fische hätte gemacht die ist vielleicht nicht fertig richtig ich bin gerade rausgedrückt nicht mein problem jagen will ich eigentlich gerade nicht das war jetzt doch nicht so die großwildjagd wie ich dachte aber auch jedenfalls sieht das schön ich bin echt so froh dass wir immer ein kompass dabei haben ich bin echt so froh dass wir immer ein kompass dabei haben an einem elch könnte es noch klappen mit dem mit dem sperren auch ich bin endlich da könnte es auch klappen wenn die mich nicht vorher in der luft zerreißen was auch ganz gut passieren könnte es sind gleich zwei das war keine chance du kommst gar nicht dazu ok die auf die ist das eine schlechte idee weil der bricht auf der bricht sofort ab wo kann sagen du kannst gar nichts machen weil der bricht ab sobald du werfen willst das ist echt scheiße die hat man da wohl doch besser weiter mit dem bogen oder vielleicht mit einer eisenarmbrust aber auf dem bei den wiesens geht es aber bei denen kannst du es vergessen ich habe zwei geworfen und danach kommst du nicht mehr zum werfen ich konnte auch nicht mehr zustechen ich konnte gar nichts mehr machen weil die greifen so schnell an seit dem letzten update braucht das spiel doch ein bisschen länger zum laden aber ist es noch ok ich frage mich nur ob ich jetzt wieder hin ok gut dann reit mal einfach nur noch weg ähm wo sind die hin wie hello there my wares never disappoint have a good day oh ja solle ich euch doch mal verkaufen hab ich auch ich hab nach die quest nicht abgegeben kann das sein doch habe ich so lange wenn ich noch 500 bäume gefällt hat dann habe ich schon etwas was 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 und das ist auch gleich zwei wären sind immer noch das schlimmste hier im spiel als gegner armes fährt hat ein wird wahrscheinlich gleich neues augen weiß ich meine bricht so etwas zu kurz unterbrechen das ist so ohne rennen fährt verletzt sich trotzdem gut hier haben sie wenigstens angebaut zumindest teilweise erst mal ein bisschen was los werden die ganzen steine brauche ich gerade nicht hier dann eigentlich auch nicht helst kann man lassen 42 steine ich würde fast voll was was ist jetzt was ist an dem ding fertig ich habe da hinten fehlt noch was ich sehe es gerade so ein dreck ok stöcke echt was vergessen so Untertitelung des ZDF, 2020